Hi, ich bin der Kai und heute schauen wir uns einmal einen Cloud-basierten Schaltplan-Konfigurator an. Mit diesem Schaltplan-Konfigurator kannst du deinen Schaltplan in der Cloud konfigurieren und bekommst ein PDF sowie ein E-Plan-Projekt zurück. Ich weiß ja, dass wir in Deutschland ein bisschen skeptisch sind, was dieses ganze Thema Cloud angeht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Ganze in der Zukunft mehr und mehr kommen wird. Also schauen wir uns doch uns schon mal an, was heute schon möglich ist. Natürlich packe ich dir auch weitere Informationen unten in die Videobeschreibung. Also viel Spaß mit diesem Video. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich natürlich erst mal auf der Webseite einloggen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht und wir können ein neues Projekt starten. Dafür gehen wir einfach hier auf Projekt und geben jetzt hier zum Beispiel unser Projektname ein. Dann noch eine Beschreibung, eine Projektnummer, ein Customer-Name und noch eine Preference. Wir möchten das Ganze jetzt hier mit Siemens aufbauen. Du hättest aber auch die Möglichkeit zum Beispiel mit Rockwell. Oder wenn du noch mit anderen Sachen arbeitest, kannst du das Ganze hier hinterlegen lassen oder selbst hinterlegen und dann hier in der Eingabemaske schon auswählen. Also wenn du zum Beispiel häufig mit verschiedenen SPSen arbeitest, kannst du das Ganze hier im Projekt jetzt schon auswählen und hast das Ganze nachher auch zur Verfügung. Jetzt ist das neue Projekt angelegt und wir müssen das Ganze natürlich jetzt bearbeiten. Also mache ich hier einen Doppelklick darauf und bekomme jetzt hier so eine Eingabemaske. Und die eigentliche Idee von diesem Konfigurator ist es, dass du mit einer Motor- und Komponentenliste oder Sensorliste oder wie auch immer du das Ganze nennst, arbeitest. Vielleicht startest du dein Projekt ja zum Beispiel mit so einer Excel-Tabelle, in der du angibst, welche Sensoren und Aktoren du hast und vielleicht auch schon deine ganze Struktur eingibst und auch elektrische Daten. Um eine Komponente hinzuzufügen, kannst du einfach hier auf Plus gehen und das Ganze eintragen hier. Ich mache mir jetzt etwas leichter. Ich importiere einfach meine Komponenten, die ich in der Excel-Tabelle bereits gepflegt habe. So, und jetzt habe ich hier meine Komponenten drin und kann diese natürlich auch hier wieder im Nachgang bearbeiten. Und was hier jetzt schon ganz schön ist, wenn ich zum Beispiel mal hier auf einen Motor gehe, siehst du hier unten eine Vorschau, wie deine Seite aussieht. Und hier kommt ein weiterer Vorteil von Drawout, denn diese Makros erstellt dir Drawout nach deinen Bedürfnissen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast selber Makros und fügst diese in den Cloud-Konfigurator ein, oder aber du hast keine Zeit dafür, dann lässt du das Ganze einfach von Drawout nach deinen Bedürfnissen erstellen. Also das hier ist jetzt nur ein Muster. Natürlich wird das Ganze dann auf deine Bedürfnisse angepasst. So können wir zum Beispiel auch die Sensoren hier uns durchklicken. Und hätten jetzt hier erstmal alle Komponenten für mein Projekt drin. Und als nächstes legen wir jetzt einen Schaltschrank an. Dafür klicken wir hier oben auf Panels. Und geben zum Beispiel einfach ein Name ein und eine Sektion. Die Sektion ist zum Beispiel dafür gedacht, wenn du Form 4b Anlagen zum Beispiel baust, dass du das Ganze auch hier unterteilen kannst. Dann wählst du noch deinen Panel-Typ ein. Und füllst noch die restlichen Felder aus. Und klickst auf Submit. Und schon hast du hier einen Schaltschrank. Jetzt lege ich noch einen zweiten Schaltschrank an. Und sage, dass das ein Remote-IO-Panel wird. Also etwas für meine dezentrale Peripherie. Im nächsten Schritt geben wir jetzt hier noch eine CPU ein. Hier können wir jetzt das BMK festlegen. Und können schon anwählen, wo das Ganze sitzen soll. Dann geben wir den Hersteller noch an. Wir wollten ja Siemens nehmen. Und hier kannst du jetzt anwählen, ob du die S7-300 oder die ET-200SP nehmen möchtest. In meinem Fall ist das die S7-300. Wenn du in deinen Projekten schon mit der S1500er arbeitest, ist es natürlich auch kein Problem, in dem Konfigurator die Daten hinzuzufügen. Und dann hier in der Auswahlmaske ebenso die S7-1500er zur Verfügung zu haben. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nur ein Beispielprojekt für mein Video hier. Und hier unten unter Advanced Options hast du jetzt zum Beispiel die bevorzugte CPU, die du nehmen möchtest, wenn du hier die Auswahl S7-300 wählst. Auch das kann natürlich individuell angepasst werden, wenn du hier vielleicht zum Beispiel eine andere CPU haben möchtest. Als nächstes fügen wir jetzt noch eine dezentrale Peripherie ein. Die nennen wir jetzt mal KF100 und setzen die in unser Remote-IO-Panel. Diese soll an der KF001-CPU hängen. Und hier siehst du jetzt zum Beispiel, dass auch hier schon eine Auswahl der Siemens-Artikelnummern erfolgt ist, die darauf basiert, dass wir vorher in dem Cloud-Konfigurator angegeben haben, welche unsere bevorzugten Typen sind. Wie das Ganze angelegt wird, darauf gehe ich in dem Video nicht ein, da ich ja erstmal nur zeigen möchte, wie dieser Cloud-Konfigurator arbeitet. So, jetzt haben wir einen Schallschrank, wir haben unsere Komponenten, wir haben die CPU zugeordnet und die dezentrale Peripherie. Und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wo eigentlich hier unsere ganzen Sachen, die wir über die Excel-Tabelle importiert haben, in welchem Schrank diese zugeordnet werden sollen. Also markiere ich jetzt einfach mal zum Beispiel hier die ganzen Sensoren und sage, dass die zu unserem Remote-Io-Panel gehören sollen. Und unsere Motoren, die möchte ich jetzt zum Beispiel in unserem Hauptschallschrank haben. So, und was dann immer noch fehlt, dass es bei allen Konfiguratoren ja etwas schwierig ist, die sogenannte Infrastruktur. Also deine Einspeisung, deine 24-Volt-Verteilung, vielleicht ein Schiedensystem, also alles das, was du so ein bisschen auf dein Projekt individuell anpassen musst. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. So, im nächsten Schritt gehen wir mal hier auf den Reiter Infrastructure. Und hier kannst du jetzt die sogenannte Infrastruktur hinzufügen. Also sowas wie Schienensysteme, Transformatoren, ein Sicherheitsrelais, der Hauptschalter oder die Einspeisung und die 24-Volt-Versorgen. Auch das kannst du über einen Import, die auch einfach aus einer Excel-Tabelle importieren, wenn du das Ganze vielleicht schon gepflegt hast. Und hast das Ganze dann hier vorhanden. Und jetzt musst du natürlich noch sagen, wo diese Sachen sitzen. Ich möchte die jetzt alle auch in meinem Hauptschaltschrank haben. Und klicke OK. Und dann gehen wir zum Reiter Referenzen. Und hier ist es jetzt so, dass du ja irgendwie deine Querverweisen noch erzeugen musst. Du musst dir jetzt irgendwie dem Konfigurator sagen, wo das ganze Zeug dranhängt und wie das verbunden werden muss. Auch das ist gar nicht so schwierig. Wir können jetzt zum Beispiel hier die ganzen Sachen einmal anhaken und klicken hier auf Assign Source. Und jetzt kriegst du hier den Gruppennamen 3-Face-Supply, dass das Ganze mit dieser 3-Face-Supply verbunden werden soll. Was du übrigens auch machen kannst, du wählst einfach alles hier an. Und klickst dann auf Auto-Assign. Und jetzt werden die ganzen Sachen automatisch zugeordnet. Und jetzt haben wir unser Projekt vom Prinzip her eigentlich fertig. Können jetzt zu Request gehen und klicken hier auf das Plus. Jetzt kannst du noch auswählen, welchen Schaltschrank du haben möchtest. Wir möchten natürlich beide haben. Und jetzt wird dein Projekt generiert. Und du kannst gleich das Ganze herunterladen. Jetzt haben wir hier die Download-Button und können den Download starten. Du bekommst jetzt zwei ZIP-Folder für jeden Schrank ein. Und in diesem ZIP-Folder ist jetzt einmal das ZW1-Projekt für E-Plan und natürlich auch das PDF. Hier haben wir jetzt unsere ET-Station, die wir angelegt haben, plus die Schaltplanseiten. Und wie gesagt, das Ganze passiert dann, wenn du den Konfigurator nutzt, auf deinen eigenen Vorlagen. Natürlich kannst du das Ganze jetzt in E-Plan auch bearbeiten und eventuell noch fehlende Sachen hinzufügen. Ja, was hältst du von so einem Cloud-Konfigurator? Könntest du dir vorstellen, in Zukunft deine Schaltpläne in einem Cloud-Konfigurator zu konfigurieren, anstatt das Ganze in deinem CAE-Tool selbst zusammenzustellen? Schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten machst du es auch wieder zu dem Cloud-Tool Drawout. Falls du noch Fragen dazu hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare oder komm in die E-Plan-Community-Discord-Gruppe. Auch der Link ist unten. Da sind die Jungs von Drawout auch vertreten. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video. Schreib mal